Immer noch zu wenig, Master. Immer noch zu wenig. Ich weiß nicht, was ich mit anfangen soll. Q, W oder E. Hm. Und ich weiß nicht immer mit, was ich anfangen soll. Dorans? Dorans oder Dorans? Eigentlich nur Dorans. Dorans? Hm. Womit fang ich denn mal an, du? Mit Oracle, okay? Gute Idee. Achter. Nein. Nein, mit Oracle doch nicht, Mann. Wer bin ich denn? Ein Noob bist du. Also Dorans wird nur... Oh Gott, das ist so dämlich. Twisted, erste Frage. Darf man bei dem Mod-Jungle? Alter, du bist so dumm. Einfach mal den Link posten, Mann. Aber solche Kackspacken lesen sich halt das nicht durch. Weil die alle denken, es ist ENGLICH! Äh, DEUTSCH! Warte, wo war da einer? Ich hab ihn nicht gesehen. Komm. Geh links. Getroffen. Ja. Dich, du Noob? Nee. Schade. Dead. Minions has spawned. Hast du deine Fallen geskillt? Doch, hab ich. Mit Level 3. Yes. Crazy hat keine Items. Crazy hat keine Items. Crazy hat keine Items. Crazy hat keine Items. Nice. Good job. Best ever. Eigentlich müsste man... Einer von den anderen müsste... Alles Wards kaufen. Nur Wards. Ja. Crazy, wo sind deine Wards, hm? Ja. Er macht Backport Report. Nein. Kein Backport. Wenn du taufe, gestern Nacht hast du Pech. Ey, immer wenn ich Timo bei Catcher Timo spiele, krieg ich voll den Krampf im Finger, Mann. Weil du immer dein Lachen drückst, ne? Weil ich ja immer rumrennen muss, Mann. Du heul doch. So nervig, Mann. Läuft. Aua. Aua. Ja, die HP erohnt sich nicht ganz so schnell, oder? Du scheiß Twisted, du? Ey, ich kenn den Twisted. Einer, ja. Ja. Aber gern noch was, ich bin doch klug. Oh mein Gott. Upp. Fuck. Auf den Hext! Oh mein Gott, hier ist nur der Ash. Wow, er hat sich really ge-recalled. Ja, hat er. Really ge-recalled. Ja, natürlich. Alle. Oh mein Gott, wo seid ihr denn? Oh, nicht cool. Wow, wow. Wie sie alle flashen, ey. Holy shit. Alle flashen sie. Enemy double kill. Boah. Cool. Ach, Kochlöffel bist du da. Oh, Kochlöffel, ey. Oh, Kochlöffel, ey. Kochlöffel, Mensch. Das war ja richtig. Also das war aber nicht nett von dir. Ah, das hat Timo. Oh, aber das war richtig knapp, Mann. Laber nicht. Rrrr. Rrrr. Gottgeil, ist halt die Hanse. Fuck, renn du nicht von mir. Wow. Wobei, ich find das Geräusch von dem anderen Späb geiler, wenn's trifft. Ja, dann da hört man's wirklich top. Das kostet er doch nicht. Aber doch, man hört's ja so auch, aber das ist nicht so geil wie das eigentliche Geräusch. Tja, müssen wir Raid mal überreden, ob die das fixen. Oh. Ah. Fun, ey. Geht rein, geht rein. Na, Kochlevel, das war ne Nummer zu groß. Da? Nein. Doll. Doll. Oh, mein Gott. Wow, die Minions greifen nicht weiter an, really. Och, geh doch hin, du Volltrottel. Oh mein Gott, der wieder so ein dämliches Team. Ah. Iiiiiiii. Bittesch. Weiß mal nicht, warum ich dich gekleidet hab, aber... Du bist tot. Aus Reflex bestimmt. Oh, ich hab erst ein Assist und wir haben schon 5 Minuten rum, fast. Oh, da ist der Winkel. Hunter x3 Ich glaub X5 Oh, warum ich nicht hinterher geht alter Ey, denn wir sind der da rumgekommen alter Über die Lanyeder sind wir數 Um Wau fick dich Ich bin Level 2 Ach so, aha Ich hab nicht hier geliebt, wirklich Von 3 Kills und 1 Assist Ja, das kannst du da sehen, Alter Ich hab einen Kill und bin fast wieder ab Oh mein Gott, ich bin gleich tot, Alter Oh oh, das war's Wow, du bist tot Oh mein Gott, du hast einen Kill, Alter Das schaut grad so aus, als wenn du mich angeheifen würdest Komm, Dark, komm Guten Morgen Hallo Ja Ah, hallo, jetzt geht's Hi Gott, ey, das hat ja so lange gedauert, ne Oh Übrigens, deine Kuh war echt scheiße von dir, weißt du das? Mal sehen Wie du mich weggesnipet hast, du Richtig? Ja, du mich Sorry, tut mir leid Ey, aber ich hätte so gerne Cutter genannt, ne? Bring Oh, heul doch Nein Ich hab das so verpennt, ne? Cutter zu mir Aber, egal Ich find das unfair die Cutter ist echt gut und ich hätte lieber am Beginn sein Ich hätte lieber am Beginn sein Dann sehen wir uns mal zum Champions Bad Dodging, Alter Ja, komm, sicher. Hör mal die Dinger an, das Mann. Du spielst bei Cutter eigentlich nicht so oft in die ganze Team, du bist geil, Mann. Ja, wenn man mal gefeedet wird. Er greift die Dinger an, wow. Hier ist der Ash, hier ist der Ash, hier ist der Ash. Nein, nein, go, go. Ich denke hier nicht bestimmt. Ja, wow, super, go! Da ist ein... Ist doch immer ein Z hier. Das ist ein Z? Dann müssen wir mal da hingehen. Das ist jetzt, ey, das ist nicht wahr, oder? Haha. Vorhin die Dinger nicht so OP in den Win-O-Tino spielen. Nein, das ist jetzt. Oh, ich meinte nicht an, dass sie so anders spielen müssen. Oh, oh, Master, oh, Master! Weil schon dass du mich töten musst, ne? Aber ich will... Fuck! Oh, ich will... Nein! Oh Mann, Gift OP, ey. Hinter uns ist noch ein Z. Was? Was ist das? Oh. Er rennt vom Timo weg, really? Ja. Gift! Hättest du denn gekommen, wär' ich geragequited ohne Mist. Heul doch. Mein Gift war drauf. Hätt' ich geragequited, wie so nu. Fuck! Oh Gott, ey, die Ash ist ja mega schlau, Mann. Ach, die Ash ist hier drinnen, ne? Warum hast du nicht mich gebeat? Ja. Hätt' du mich bekommen, ne? Lol. Nein, nein! Die Attack-Range für Ash! Lol. Du weißt schon, du solltest mit dem Timo fokussen, ne? Ja, ich bin dabei, aber... Irgendwie kommt die ja nicht nach. Der Timo ist übrigens... Wow! Er hat hier dabei, wirklich. Alter, er slowt mich. Ah, ich bin Master auf dir den. Wow! Komm runter, okay. Okay, ich bin gleich... Alter, hier ist voll okay, Mann. Alter, lächerlich, Alter. Du wärst tot. Entschuldigung. Ja, ja, das werde ich mir merken. Echt, Mann, das wird er sich merken. Oh, oh, oh ne, oh ne. Hallo. Wow! Oh, 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 oh! Was? Es war ein Killing-Spring, nice. Ey, wurde das Q von Finn irgendwie gebraucht oder so? Wird ich schon wieder einen heal? Das war der Z jetzt, so. Hoffentlich bekommt Chris nicht den KV, ey. Yes! Wow, wow. Ich glaub, hier ist einer drin, ich bin mir sicher. Ah, Quatsch. Na klar, siehst du, oh mein Goooott. Go, go, TF, go. Ah! Oh mein Gott. Ah, verdammt. Jetzt bist du tot, oder? Jetzt bist du tot. Fick dich! Ah, weil ich keine Quills bekommen darf, sagst du? Ja, fast. Fick dich! Nein, TF ist hier nicht gut auf dem... Alter, ja, nö! Ja, super. Oh, stirb doch. Komm. Master das, du Bock. Gut. Du bist doch Bane. Du mit halb einer Bane. Fuck! Hatte mehr, ja. Er ist fast tot. Oh, oh, oh. Wow, Spider. Das ist okay, Alter. Wow, Master. Du wirst ja erst rumragen, wenn er den Kill nicht kriegt, aber dann selber alles killst. Vielleicht folgt gar kein Kill vom Mob. Genau. Guck mal, Crazy High. Nein, lauf doch weiter, du Sau. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Timo geht jetzt zu, äh, zu unserem Kill-Buff? Ja, ja. Ich weiß, bestimmt. I need help, I need help! Oh, 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 oh. Piss dich, Spider. Läuft das Lied jetzt das zweite Mal hintereinander? Ja, sorry, was sollen wir raus tun? Alter, fick dich. Warte, geh mal an das Lied. Ah, nö, nicht Olaf. Ah, er ist dauerhaft gebixt, oder geblindet. Gebixt? Nein. Holt sich zuerst Infinity Edge. Ist doch gut. Toll. Macht doch genug Damage, schließe ja. Nicht so wie du, Nubi. Macht mehr. Ne, sie macht mehr. War nicht mit Auto-Hits, aber mit meiner Kuh. Macht damit 300 Damage. Der Twister fällt hier im TS. Ja, wenn nicht. Achso, okay. Ich fahle gerade ein bisschen zu klein. Quatsch, du doch nicht. Hier unten ist noch einer, hier unten ist noch ein Z. Twisted Fate, Twisted Fate in dem Modus richtig kacke. Ihr habt schon die besten, ihr habt Cutter und ihr habt... Guck mal, der TF ist fast tot. Oh, oh shit. Wollt ihr mich? Nö, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm nach rechts weiter, komm nach rechts. Kochlöffel. Ich hab den, ich schwör's dir, ich hab den Speer nicht gesehen. Mach die Augen auf. Nein. Ich meine die Animation hab ich nicht gesehen. Wisst euch. Wow. Oh my god. Blame. Du gehst doch die ganze Zeit, es gibt... Holy shit, nice. Lass den Timo in Ruhe. Jetzt ist der gerade vorgeflasht. Ich. Die. Mach die Dinger kaputt, Mann. Der Pro-Dark hat da auch... Du bist doch ein Noob, Alter, weißt du das? Ja. Jetzt lacht er wieder, weißt du, aber... Meister. 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 Meister, ja. Meister. Meister. Komm schon, Gift. Töt ihn. Ich bezweifle. Darum ist ein Wort. Hier, guck mal. Oh, wir den Zett töten. Oh, wie lowlight ihr alle seid, ey. Hier ist noch einer. Nash. Not crazy. Läu, niemand getroffen. Oh, der Olaf ist... Hä? Weg. Na, der Olaf ist rechts. Hallo, quinnensch. Wow. Bam. Kochlöffel, töte mich, Mann. Oh, lol. Töte mich, Mann. Ich brauche. Ich muss kaufen. Ja, okay. Gib mir Nickel, go. Danke. Oh mein Gott. Ach, nein. Enemy Quadrant. Nein, gib ihm nicht! Nein! 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 Boah, wie alt er bis zum Reporter ist. Sei zu schlecht zum Deffen, Mann, ey. Nein. So, warte. Noch einmal, ne? Ja. Okay. Okay. 2 oder 1. Okay, mein Ding. Nein, guck doch. Mein Ding. Was werden dann raus? Und ja, wenn was dann reinrennen. Oh fuck! Also das L-R-G-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-S-T nicht so schnell mann auf diese fragen gebe ich nie antworten ja okay du nimmst auf kannst du mir das Spiel nein kann ich nicht was denn? ja kann ich machen Spider kommt zu mir oh my god ja okay Spider kommt zu mir okay wow die Quinn wow auf die Ash auf die Ash auf die Ash pötet sie doch nein oh my god fuck wuuu nice natürlich um dich zu töten hallo immer noch würde ich auch machen Master ich werde für dich alles geben um dich zu töten weißt du um dich tot zu sehen alles gut braucht es ja auch genau scheiße ALTE DIE HATTEN EIN WORD DRINNE alter du Dreckstau du heute ja bitte ja ich komme was wir brauchst ne Hilfe da unten in der Ecke da unten in der Ecke da unten in der Ecke alter Schwede wo wo da okay da hab ich hier hin da kann man sich rein stellen lol what the fuck da hab ich rausgefunden da stelle ich mich immer rein wenn ich Timo bin holy shit ey oh my god hey rennt jetzt nicht zu mir weg 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 hey ihr dürft ja gar nicht hier es wird nur in der oberen Hälfte gespielt wenn das geht nein 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 es wird immer oben gespielt alter hä 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 ah Timo fuck oh shit renne ja der fehlt alter holy crap man ich opfere mich ok nein lieber nicht renne aua macht der Schaden da ist der Ash oh my god scheiße man ich bin so tot ey nein bist du nicht ich komme rette dich ah und dann ist die Krise-Dealte er NEIN lass dich vom Master-Deffen lass dich vom Master-Deffen Master ist hier ja maa er killt sie doch noch ach echt so hier hab ich nie mehr JA JA fuck ey ich überleb das nicht mehr shit ich bin im Arsch natürlich überlebst du das bist du dämlich oder so ok dann trefft mich wow wow fuck you're dead oh der ist dead nein der überlebt das nicht komm zu mir komm zu mir master komm zu mir lord da war ja noch einer damage sorry lame wie sich wegflasht wow wow ich wollte die Ash haben NEIN wie du dich hinterherflasht und du hast durchgeflasht ja du hast dich auch geflasht du hast dich auch geflasht pick dich heulen heulen ich hab dich gehealt ok nein aber wirklich das das Timo-Spiel wird ähm nicht auf der Seite gespielt mein Raum meine Regeln genau die hättest du aber früher ansagen sollen ey du wir hat er überhaupt nicht wir spielen wahrscheinlich jetzt gerade das 150. catchte Timo getroffen kann ich hier rüberjumpen stell dich mal kurz an den wand mein Ding mein Ding mach ja danke natürlich alter holy moly natürlich jungen ey ist doch klar man holy moly man auf der Hand ey holy moly hier war auch noch einer da war einer guck mal da Eddie stirb BAMP sicher nicht ha 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 einer auf den ey was war das denn da ist noch ein Lee Sin da oben oh fuck wo wo ah I'm dead I'm dead I'm dead wow 250 kam her mein Ding jetzt komm ja du sterb sie gehen wieder zurück triple go ja wie er schon Level 6 ist holy shit renn da weg renn da weg Timo nein den snack ich mir was willst du ganz kurz woher mal die Quillen sind nicht ach der Flo live sagt das du lol oh mein gawd dieses kleine Hurensohn hier man wägt dich ins Knie alter kochleffel lass dich mal wow ha 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 Warum her? Dreh dich um! Es ist eh vorbei jetzt! Nö! Wenn du mich killst, gebe ich dir irgendwas. Nein! Ja, du hast recht. Hallo Mark! Hi Christoph! Wo wart ihr die ganze Zeit, Läufe? Läufe, wie sie alle nein drücken! Du warst mit dem Geburtzweck? Ja, ich war nicht. Und ich hab mir die Karte gesammelt. Nein, wir geben doch nicht auf! Bist du doof? Alter, es macht gar nicht Spaß! Ja und? Wir haben nicht verloren! Ich bin Katharina und bin gefeiert, Alter. Na crazy! Hi crazy! Na crazy! Komm her! Komm, komm zu mir! Nein! Nein! Scrooge hat wieder Avery oder was? Nee, der ist noch Rage-Bedresse. Komm Dark, eins gegen eins! Wir treffen uns beim Barrel! Na komm! Komm nachher! Ja, beim Barreln, komm! Nein, komm, komm! Was? Geil! 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 Nein! Oh, Leute! Bitte! Nein! Nein, Alter! Da war's nicht! Ich will noch ein Normal machen! Ja, dann mach doch! Mach doch ein Abo bitte, Mann! Ne! Ja, okay! Das wusste ich, ist mir egal! Oh mein Gott! Deffig! Danke! Lass mal reingehen, Gogo! Oh, Alter, die wollen die verarschen! Die Karpel, mit 30% weniger Zucker, was ist das denn, Alter? Er ist geblindet! Was ist los mit 20% weniger Zucker? Da ist noch Karpel! Die Karpel, sondern mit 20% weniger Zucker, Alter! Oh, Alter! Habe ich zu meinem Happy Meal dazugekommen! Oh, zu dein Happy Meal! Fuck! Oh! Alter, er hat Blutdoss alles! Wow! Wow! Ich hatte gerade gestampelt! Alter! Das seht ihr nicht gerade, oder? Ich habe mir gerade einen Mana-Pod geholt, Alter! Wow! Oh, super, Mann! Oh, cool! Ja! Was? Oh mein Master, ey! Wo ist dein Black Cleaver Master? 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 Wenn du das nicht spielst, machst du nicht. Gut gemacht, Eddy! Oh, Dimeckel! Wow! Wow! Das ist nicht nötig! Push die durch! Ja, warum die nicht surrendern? Total dumm! Ja chill doch mal! Das ist doch lustig! Richtig lustig! Ja! Weißt du wie sie alle lachen? Ja. Haha, haha, haha. Oha, Kauchlevel. Ja, was denn? Triff doch mal. Hab ich doch. Lachen so wie der Nunu-Bot. Voll gezwungen. Warte, fuck, da quetscht ich nicht so. Das ist so weit wieder drin. Das ist meine Capri-Sonne. So. Der hat seine Capri-Sonne ausgequetscht. Hat der Lee Sin echt nen Penta gemacht, ey? Ne, ne, ich, man. Ja, nur weil meine ich den nicht war, Alter. Geht mal auf. Hier ist einer, hier ist einer, ein Penta-Kiss-Dealer. Hier auf Kochlöffel. Lachen. Oh, nö, Alter. Nö, ey. Wow, die Quinten, also, Stack-Items sind nicht verboten, eigentlich als Quinten, oder so. Egal. Alter, Mark. Das bin ich eh nicht.